hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge in der neuen woche zum challenge projekt auf dem zweisternhof mit dem mikado psx dem tiger farm und dem leon als hallo hallo schon voll voll gasgebend ja voll motivierend ja wohl und dann leg mal los nächste woche neue power genau und heute sei es mal zu beginn wenn euch das projekt gefällt dann lasst gerne ein like abo oder kommentar da am besten alles wie immer und wenn ihr noch mehr vom ls sehen wollen dann schaut um 16 uhr mal rein da kommt eine neue folge vom classic projekt auf der provence und weil wir noch nicht genug hatten gab es heute morgen schon auf twitch im livestream von der ammergauer alpen map wenn ihr davon mehr sehen wollt dann müsst ihr morgens reinschauen diese woche um 6 uhr 30 bis 8 uhr 30 twitch.tv so genug werbung in eigener sache ich meine ich werde fertig genau das hat man auch das mal vergessen ja genau das wird bei mir erst Prozent anfordern 100 Euro macht mehr Prozent wissen sie den Kassel wir haben und nicht nicht um neben das war neunhunderts von dem er hat insgesamt 1000 ja dann bitteschön ganz schön weil es über den ihren einkauf Prozent und Herr Wohler ja es wird ein bisschen teurer er hat so ich muss kurz zurück zusammenrechnen bei mir hat ich glaube ich auch direkt an den nächsten wenn ich mich nicht verrechnet habe 11.100 ja es müsste hinkommen ja doch kommt hin 11.100 ja das tut weh ne ja es halte dann ein bisschen Kredit was da fliegen gegangen ist so viel sei es gemacht um die Wohnung zu nehmen so gut dann würde ich sagen mich grad noch hier oben lassen ok bis später bis später bis später so gut was wir nicht vergessen dürfen was wir wirklich nicht vergessen dürfen ist Feld 7 da haben wir noch mega viel Wiese und wir werden das ganze Gras hier dann auch in den nächsten Folgen beziehungsweise werde ich da den LU helfen unser Drescher ist voll wir müssen den Drescher abtanken in den nächsten Folgen vom LU in 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 das Bunkersilo was wir uns jetzt somit gemietet haben mit den 10.000 werden wir dort einlagern lassen es sind zwar 10.000 aber ich denke das ist egal da müssen wir keine Miete zahlen für die ganzen Vehikel können wir grad gleich mal schauen was das eigentlich kosten würde da ist irgendwas da ist irgendwie ist er irgendwie am Baum hängen geblieben so gut so damit wieder Jo dann Willkommen ähm die hatten sich grad eben hoffentlich versprochen hm denn ähm ich habe gesagt dass sie äh halt die Aufgabe machen müssen und da hat äh dann erstmal Leon gesagt dass ich das selber machen soll also er gesagt hat er gesagt das macht dann wie Kabel ok ich hoffe erstmal dass es sich da versprochen hat was ist das für eine LU hä muss man können echt mal hier geht ja gar nicht ist ja Problem Nummer 1 geht nicht geht nicht wir kriegen Geld dafür und wollen dass wir es selber machen nicht nein ich noch nicht so Leute haben wir ja stimmt sollen sie sich auch mal selbst bezahlen nicht mal wie geht das eigentlich selbst bezahlen ja wenn sie wollen dass wir unsere Ausgabenzahlbe erledigen das ist das ist nur eine die die der die der wo man das her glaubt ich war doch ja bitte Prozent die Karo sie müssen ihre Aufgabe selbst erledigen ja aber ich habe am Anfang so wie ihr ist denn es war mit nur dass sie Nächte von Miet er steht am Punkt und müssen den tschüss was brauchen sie denn in schwadern ja eigentlich kommt der sparte dafür braucht es ja nun bei ihnen in schwadern der schwachen und was die lage machen ein also für die kürige ja für welche kür so erstmal verkaufen 5000 stimmt wir müssen auch mal noch was verkaufen ja gut wahrscheinlich erst zum ende der woche ich habe sogar eine idee was ich hier hin mache hier wo ich das ganze holz gefällt habe ich weiß genau was ich da hin mache das stimmt wir müssen mal die ziele glaube ich nochmal in erinnerung rufen oder ich würde es einfach gerne mal tun weil es ist ja nicht nur damit getan dass wir 80 schafe und 50 kühe haben sondern büschchen auch noch 250.000 äh Gäste im silo haben und eine million euro und noch was noch was was war das ein farmhaus ein farmhaus hat man gesagt brauchen wir auch noch echt ein farmhaus brauchen also sagen wir quasi 100 eine million hundert 25.000 sagen wir quasi muss man drauf haben je nachdem wie man das machen möchte also so ich würde mal sagen wenn man oh hier habe ich was vergessen ähm wenn man bin ich schnell genug ich glaube nicht Moment ich muss grad so ah doch reicht okay ähm ja mindestens eine million einhunderttausend äh ich hätte mal noch eine frage ja bitte wie schaust du denn mit Landverkauf aus Landverkauf wie darf man Land verkaufen wie kann man denn Land verkaufen eine Parzelle die du gekauft hast so zum Beispiel zack darf man die wieder verkaufen oder nicht pfff ich wusste das gar nicht ah ey das geht ja sie sollten halt jetzt nicht drauf klicken haha ne hab ich jetzt nicht vorgehabt aber es geht ja es geht ja deshalb war die frage naja ich würde schon äh gehen lassen aber ich würde dann trotzdem so machen am Ende äh dass man äh eine Million Euro zusammen kommen muss äh ich muss mal kurz zum Ende klopf klopf ja äh Herr Tigerfarm äh wir haben noch Wiese 1 ja ich wollte nur gucken ob hier schon eine Schwadel ist komplett achso okay ich dachte schon sie wollten die Arbeit niederlegen nein ich wollte einfach nur gucken ob hier schon eine Schwadel ist okay gut ähm und denken sie dran nach Wiese 1 Feld 7 haben wir auch noch Grasfläche okay ist die schon abgemäht da bin ich jetzt gleich am am schüsseln okay gut also vielen Dank bis später jo bis später so gut wart ihr mal das Lohnunternehmen hat schon wusste nicht mehr wo es noch arbeiten muss was kann das nur ein Unternehmen gerne machen ja es wäre schön es wäre schön wenn ihr euch wirklich noch meldet falls ihr Interesse habt hier mitzuspielen wir sind eigentlich noch auf die Suche nach zwei weiteren Lohnunternehmen können wir mindestens noch auf genau ja nochmal zurück zu dem Landverkauf ja ich würde es so machen dass man das machen darf aber man muss am Ende wenn man die eine Million Euro haben muss würde ich sagen darf man nicht sein ganzes Land verkaufen damit man diese eine Million Euro dann hat also man muss dann schon das zusammenfarm reicht mal okay das ist schön wieder zu sagen ich würde sagen na was bringt es dann Land zu verkaufen ja zum Beispiel wenn wir etwas haben das war jetzt aber ungeschickt ihr Lula hat gerade die Arbeit niedergelegt das ist aber nicht so schön ich äh die überkunftspolitik ja ich frage mich vorbei so warum das LNU auch wirklich die Arbeit niedergelegt hat keine Ahnung äh ich hab das hinterher mehr weg nicht an wieder da hat gesagt dass er irgendwie nicht mehr dass er sich irgendwie nicht mehr meldet es ist ungeschickt war er bei ihnen beschäftigt ja es soll dann der gleichheit halber man über die arbeit einstellen komm ich bin ja fair wäre wenn du die arbeit einstellen ja das sehr von ihnen fair aber ich bin auch hören dass sie ihn leider oder ich bin sozial so gut die planung vom weiteren projekt ist würde ich sagen noch hier mehr in den traktor ein ins meerwerk also wieder sterben die planung vom nächsten projekt von nenne ich das oder läuft rückwärts schneller wie ich mit dem traktor fahren kann ist ja krass vom rp-projekt rolleplay läuft da sind wir dran gibt es aber noch keine näheren zeiten sei ich jetzt mal keine weiteren veröffentlichung ja einfach noch keine zeit wie gestartet genau da fehlt es noch ein bisschen müssen auch noch genau gucken was vermutzt oder wie auch immer mehr da mit reinnehmen das dauert einfach ja wir uns hier mal folgendes klopp klopp jawohl ja bitte die karte und sie können kommen ich ziehe am besten ja was ist denn jetzt los was schmieden die für Pläne wir müssen uns mal kurz noch mal 5000 leihen dass wir uns noch einen Traktor mieten können am besten den Valtra Hauptfarbe völlig egal Motorausführung auch völlig egal zum düngen der fährt auch nur 43 verdammt ich wollte eigentlich schnelleren haben so er ist wieder da sein PC ist anscheinend ab okay dann wird er ja gleich aber jetzt direkt wieder kriegt man es ja mit kriegt man es ja mit ja da ist er ja gut tt 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 so da sind wir wieder synchronisierung dauert immer ein bisschen aber das müsste hier reichen für die Aufgabe die wir dem zugeblutet haben hoffe ich mal da steht gar nichts drin HALT verdammt diese immer diese Bäume wie müssen die denn sein so der ruckelt aber ein bisschen der Traktor keine Ahnung was da los ist das hört sich irgendwie an wie ein Rasenmäher oh 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 haben wir hier haben wir hier oh 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 ach ne schade alter ich hab mich schon gefreut alter das wäre jetzt zu krass gewesen wenn das wirklich der der normale Wollpreis gewesen wäre ich wollte schon ausrasten ne 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 ich wollte wirklich ausrasten so richtig komplett hätten wir unsere Wolle wir haben ich glaube inzwischen 11 Ballen hätte man die wirklich für 6000 verkaufen können dann das wäre ja das wäre ja brutal gewesen warum hängt denn da noch ein Spiegel so wie viel bekomme ich jetzt für die Ernte für die Ernte habe ich jetzt 17635 kommen die die t ... ... ... ... ... ... ... hin im roth leil die mögliche auch mit innen kann mit nur innenkamera war ja so was wäre da zum beispiel angebracht man darf wirklich nie auch beim trechen ist nach außen wenn man kann ich nicht will ob das ist das kann ich nicht wenn man gucken will ob das passt dann steigt man aus guckt dann halt da bist du wahnsinnig ja du hast gesagt hartes rollplay jetzt kriegst du hartes rollplay okay haben sie recht haben sie recht oh was hab ich mir gerade getan wir lassen das projekt ne 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 da können sie das jetzt nicht mehr das ist das wäre aber das wird richtig cool das rollplay freu ich mich schon okay wir müssen da mal auch überlegen was für rollen ist im rollplay projekt gibt ja rollplay ja es geht ja um rollenspiel da müssen wir mal gucken was für rollen ist dann da geben soll wenn ihr da ideen habt was man denn so alles in der stadt braucht dann schreibt es auch gerne mal in die kommentare einfach dass man so eine kleine sammlung haben und ich hoffe dass lu kommt gleich mal runter weil wir sind schon wieder am ende der folge angelegt genau haut das einfach mal alles in die kommentare und dann schauen wir weiter und man muss immer überall hinfahren ja klar oder laufen also genau das auch ja genau genau tapping gibt es nicht gut so nunchen hallo hallo und es sind wir kommen zurück wir sind schon wieder durch irgendwie hagelzeug ein bisschen ja was ist das so für fleisch schon durch so um wie schaut es denn aus mit den kosten ach ja genau also sie wollen wenn wir wollen gar nicht gearbeitet nicht doch also auf dem achten hat man 600 schmuck um ja 600 sparen und für den herren mich hallo auch 600 er bei 600 danke Prozent geben aber ein bitteschön Dankeschön gut, dann, wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da am besten alles das ist schon am Anfang gesagt morgen früh nochmal rein, ja vielleicht ist der ein oder andere noch dabei, dann schreibt mal Ende mit Hashtag Ende in die Kommentare Ende im Gelände werde ich machen bis morgen 14 Uhr, haut rein, bis dann Ciao Bis dann, ciao